So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen. Begannen gestern mit Abschlägen, den Handelstag getragen von deutlichen Abschlägen im Halbleiterbereich. Allen voran Nvidia, was war passiert? Die beiden Administration geht jetzt noch rigoroser gegen die Auslieferung oder Handelsbeziehungen zwischen Nvidia als Chip-Hersteller im Bereich GPUs ganz besonders, die ja genutzt werden für diese LLMs, diese Large Language Models in Bezug also auf das Trainieren von Chatbots beispielsweise oder KI generell. Da gab es schon Restriktionen. Nvidia, AMD und Co. sind diese Restriktionen umgangen, indem man die Taktung der GPUs dort runtergenommen hat. So, und jetzt gibt es noch striktere Restriktionen und Handelsbeschränkungen, die sich natürlich auf den Umsatz von Nvidia ausbergen. Zack, der Semiconductor-Bereich mit starken Abschlägen schlägt auf den Tech-Bereich durch, auf der breite Markt. Und jetzt kommt es aber, ein Follow-Through auf der Unterseite blieb aus. Wir haben eine tolle Erholung dann sogar gesehen, also tolle Erholung in Anführungsstrichen. Und das ist weiter eigentlich die bullische These bestätigend. Und jetzt wird es eben dahingehend interessant, dass ich weiterhin eigentlich den Eindruck habe, dass bei all den verschiedenen Konflikten, die dort schwelen, immer noch Equities sich verhältnismäßig stark präsentieren. Und jetzt mit der Big Tech Earnings Season auch die Möglichkeit natürlich besteht an dieser Stelle, dass es dort dann zu positiven Impulsen kommt, bullischen Impulsen kommt, die eben vielleicht sogar einen bullischen Breakout jetzt schon zeitnah auf den Weg bringen könnten. Und Tesla, querstrich auch vielleicht Netflix, aber hauptsächlich Tesla heute, könnte da eine besondere Rolle spielen. Wir werden da jetzt gleich in den kommenden Minuten einen Blick drauf werfen, bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den anderen risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ereignet und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständig Risiko und Weiß, findet ihr auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, mit dem Kundensupport von xdb hier im Berliner Büro in Kontakt zu treten. Details folgen gleich zu den Kontaktmöglichkeiten. Bevor wir dazu kommen, in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Alles, was ich hier präsentiere, ist rein edukativ, informativ. Ihr könnt im Anschluss an das Event hier unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion gerne eure Fragen stellen, sollten diese aufkommen, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Alles rein edukativ, rein informativ. Hier einmal die Telefonnummer, einmal die E-Mail-Adresse, wie es einem beliebt, in Kontakt zu treten. Ich sehe als Brokerkurs vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr einmal hier links aufgeführt. Ein möglicher Grund, mit Sicherheit die xStation und genau in diese wollen wir uns jetzt hier begeben und wollen einen Blick drauf werfen. Ich habe schon mal vorbereitet, die Qs einmal, also den QQQ, das ist der ETF auf der Nasdaq 100, hier einmal dargestellt, auf 30-Minuten-Basis, überlagert mit der 5-Tage-Linie, also das ist der SMA 65, den ich entsprechend angepasst habe. Dazu ganz kurz vielleicht hier zur Erklärung, wieso SMA 65. Die Überlegung ist, Handelstag Wall Street geht 6,5 Stunden von 15.30 bis 22 Uhr. Das sind also 13, 30-Minuten-Candles, 5 Handelstage, 5 mal 13 sind 65 und dann haben wir also den SMA 65 auf M30 als 5-Tage-Linie dargestellt. Das ist die simple Überlegung, die dem zugrunde liegt. Und so, was sehen wir? Also Gapdown, das war wie gesagt die News auf diese Entwicklungen rund um die Halbleiterbranche. Nicht in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt waren in dem Zusammenhang die Einzelhandelsumsätze, auch in Gold nicht, was weiter eine relative Stärke nach sich zieht. Da sind wir weiter auf der Oberseite am Performen, übrigens Kursziel 1950, solange wir über halb von 39 handeln, eventuell auch interessant für Momentum Long Place an dieser Stelle. Aber zurückkommend auf die Einzelhandelsumsätze erstmal, gestern durch die Bank weg positiver, macht es wahrscheinlicher, das ist zumindest das, was der Terminmarkt so leicht suggeriert, dass die FED doch nochmal den Leitzins um 25 Basispunkte in den Jahresschluss anhebt. Das hat sich aber erstmal hier nicht bemerkbar gemacht, sondern der Grund für diesen Flush, dieses Gapdown zur Eröffnung, findet sich eben in dieser Headline. Ich habe hier einfach mal die Webseite golem.de aufgemacht. Nvidia H800 darf nicht mehr nach China verkauft werden. Ich bin nicht tief in der Materie drin, kann aber an der Stelle sagen, Grafikkartenhersteller hat bereits leistungsreduzierte GPUs entworfen. Das war nach den Handelsrestriktionen, die über das Jahr 2022 kommuniziert worden sind, dass man einfach in der Taktung runtergegangen ist und jetzt soll man eben mit den neuen Gesetzen noch weitere Schwierigkeiten diesbezüglich haben. Nvidia ganz besonders mit Abgabedruck zur Eröffnung, gestern knapp 4% unter Druck, zwischenzeitlich 7% glaube ich abverkauft worden, hat sich aber auch relativ gut gefangen dann tatsächlich. Und das macht sich auch bemerkbar eben hier in den Cues. Wir sehen eben diesen Bounce und so, nunmehr muss ich eben gestehen, das ist immer noch echt solide. Also wir müssen jetzt mal eine kurze Liste vielleicht erstellen, wo wir stehen. Wir haben eine Eskalation im Gazastreifen, wir haben die Sorge vor einer breit angelegten Bodenoffensive Israels, das war letzte Woche in den Wochenschluss hinein, das hat auch hier diese Abschläge danach sich gezogen in den vergangenen Wochenschluss. Wir haben Verwerfungen in Anführungsstrichen, wir haben stark angezogene Zinsen, das hat sich besonders bemerkbar gemacht zu Beginn des Monats, Oktober, hier in den Abschlägen, die uns dann unter oder in den Bereich um 350 geführt haben. Wir haben jetzt einen potenziellen Handelskrieg, der wieder schwelt mit der Biden-Administration, die unmissverständlich klar macht, man ist hier willens auch US-Unternehmen potenziell vielleicht sogar zu schädigen, um die globalen Interessen im Hinblick jetzt auf die weiteren Entwicklungen im Bereich KI beispielsweise eben zu schützen. Und dennoch hält der Markt erstaunlich stark. Also die Q ist ganz besonders, finde ich, aber auch der Spider, genau das Gleiche, vielleicht sogar noch ein bisschen mühbullischer aus der Gesamtkonstellation mit dieser starken Widerstandsregion hier oben, also im Hinblick auf den ETF aus den S&P 500 reden wir von der 436, 437. Klar, wir sind nicht klarbullisch, wir handeln um die 5-Tage-Linie, was für mich erstmal ein Indiz ist, leicht drüber, leicht drunter, Indecision, also wir sind unklar darüber, ob wir wirklich long sind. Aber nochmal, wenn ich das im Gesamtkontext sehe, dann muss ich sagen, haben wir diese ganzen Konflikte, diese ganzen potenziell Risk-off-begünstigenden Umstände, wir halten immer noch solide. Ich hatte es schon am Montag gesagt gehabt, auch im Hinblick auf den WIX, den Volatilitätsindex auf den S&P 500, topisch gegen die 20, vielleicht sogar interessanten Short, der hätte ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt keinen Follow-through gesehen auf der Unterseite. Aber summa summarum sind wir auch hier weiter unterhalb von 20 Punkten. Das ist nicht Risk-off. Und genau aus dieser Konstellation erwächst jetzt bei mir zunehmend der Gedanke, dass ich sage, was es eigentlich braucht, ist ein positiver Impulsgeber. Und wir stehen vor einer Reihe positiver Impulsgeber. Die Big Tech Earnings Season läuft jetzt an, heute mit Tesla. Ich will das ganz kurz mal zeigen, aber auch mit Netflix. Ich hatte das einmal retweetet gehabt hier. Schon vergangene Woche am Freitag war es Tesla, Netflix. Und besonders Tesla könnte eben ganz interessant sein. Dazu hatte ich noch am Wochenende was hier über X-Twitter gepostet gehabt, ausgehend von Earnings Whispers. Ganz, ganz interessante Betrachtung, nämlich im Hinblick auf das, was erwartet wird. Ich will aber, bevor wir darauf eingehen und einen Blick schon mal abwerfen, auf die Tesla Earnings, die dann übrigens nicht zwangsläufig den Nasdaq ausbrechen lassen, aber nochmal dieser Spillover-Effekt nach sich ziehen könnte. Positive Zahlen, starke Guidance. Dann kommt nächste Woche Microsoft, Google am Dienstag. Dann am Mittwoch Meta, Facebook, beziehungsweise am Donnerstag Amazon. Da haben wir die ganze Woche weg. Potenzial für positive Überraschungen. Wenn diese dann geliefert werden, dann, wie gesagt, durch die Marktkapitalisierung sind wir sicherlich dann auch in der Lage, auf den breiten Markt durchzuschlagen, auf den Nasdaq. Vielleicht hier diesen bullischen Break auf den Weg zu bringen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf die Tesla-Aktie, die habe ich hier mal vorbereitet. Hier kann man ein paar Level sehen, die habe ich gerade für die Kunden von XTB eingezeichnet. Lassen wir mal drin. Wir haben übergeordnet, haben wir so ein, wie soll ich das nennen, Dreieck, so eine Dreieckskonstellation, wo sich die Frage stellt, brechen wir auf der Oberseite, brechen wir auf der Unterseite aus. Und meine Tendenz geht mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Break auf der Oberseite, weil ich glaube, dass wir ein Unterpreisen im Bereich Tesla Energy haben und größtenteils eingepreist sehen, die negativen Auswirkungen der Price Cuts auf die Profitabilität über die letzten Monate. Und ganz kurz zur Erwartung der Wall Street, die liegt bei 75 Cent Gewinn pro Aktie, bei einem Umsatz von 24,26 Milliarden. Und wir haben in dem Zusammenhang hier natürlich einen deutlichen Slash zu sehen bekommen, also Slash im Sinne von Rücknahme oder beziehungsweise Drop im Hinblick auf die Profitabilität durch die Price Cuts. Jetzt könnte man vielleicht argumentieren, zu Beginn des Monats Deliveries beziehungsweise ausgelieferte Fahrzeuge unter der Erwartung der Wall Street lag bei 4,35, 4,36 Tausend, gegen 455 Tausend erwartet. Price Cuts, trotz Price Cuts gehen nicht genug Teslas vom Band beziehungsweise werden nicht geliefert. Aber das hatte vor allem den Grund, das hatte Musk im Earnings Call im Juli war es gesagt gehabt, dass es da Restrukturierungen gibt, Umstrukturierungen und dergleichen. Das ist eine logistische Angelegenheit gewesen. Das hatte nichts mit der mangelnden Nachfrage oder dergleichen zu tun. Das ist etwas, was mir wiederum dann zeigt, das dürfte größtenteils eingepreist sein, diese Erwartungshaltung im Hinblick auf den EPS und auch auf den Revenue. Tendenz geht sogar eher dahingehend, dass der Gewinn pro Aktie über der Erwartung veröffentlicht wird. Durch zum Beispiel zunehmende Profitabilität und Abnahme aus dem Bereich Tesla Energy zum Beispiel. Was auch interessant werden wird mit Sicherheit, wo ich mir auch durchaus eine positive Guide vielleicht schon irgendwie vorstellen kann, auch wenn es noch nicht vollends angelaufen ist, wäre aber beispielsweise der Bereich Full-Safe-Driving. Autonomes Fahren an dieser Stelle, wo vielleicht auch schon sich erste Revenue-Booster irgendwie herauskristallisieren. Wir haben erst Anfang des Monats September zum Beispiel von Adam Jones, dem Analysten von Morgan Stanley gehört, dass der im Hinblick auf den Supercomputer Dojo, der ja den Bereich FSD ganz besonders bespielt, künstliche Intelligenz und die Algorithmen dort trainiert, dass er ausgehend hier von einem Marktkapitalisierungspotenzial von 500 Milliarden plus sieht für die Tesla-Aktie. Und sollte da es zu einer positiven Überraschung kommen, wäre im Hinblick auf die Tesla-Aktie mit einem Break aus diesem Dreieck auf der Oberseite zu rechnen, auch wenn ich sagen muss, wirklich long, auch für einen Swing-long, bin ich eigentlich erst über von 2,80. Vielleicht, wenn wir über die 2,70 gappen würden, das müsste natürlich erst mal abgezuwarten bleiben, aber wenn wir drüber gingen, haben wir morgen vielleicht ein Play, damit werden wir uns dann morgen hier an dieser Stelle auseinandersetzen, von 2,70 Richtung 2,80. Auch die Short-Seite natürlich sei thematisiert, auch wenn ich oberhalb von 2,40 noch nicht sehr skeptisch wäre. Ein Break tiefer wäre allerdings vielleicht der Wegbereich der Richtung in die Mid-20er, also 2,25 vielleicht, vielleicht 2,20 auf der Unterseite. Aber also Tendenz geht eher in Richtung positiver Überraschung, möglicher Breakout infolgedessen auf der Oberseite, dass es volatil wird, das steht außer Frage, das fängt hier dieser Tweet auch ein. Da kann man nämlich sehen, dass die letzten Earnings-Releases eine durchschnittliche Bewegung in der Aktie von 8,4% nach sich gezogen hat und der Optionsmarkt geht aktuell von einer Bewegung von 7% aus. Also volatil wird es auf jeden Fall. Und nochmal, was uns interessiert, ist weniger eigentlich nur explizit die Aktie selbst, also mich als Investor, klar, interessiert die Aktie, aber nichtsdestotrotz im Hinblick auf den breiten Markt ist dann ein Spillover-Effekt möglich. Also sprich, die Zahlen überzeugen, auch Netflix zum Beispiel überzeugt, das wirkt sich aus auf die anderen Tech-Unternehmen, die nächste Woche berichten, wo der Markt sagt, hey, das könnte durchaus auch positiv werden und das wäre dann vielleicht die Initialzündung für eine Attacke hier auf der Oberseite, der sich jüngst trotz dieser ganzen Verwerfungen, die wir geopolitisch zu sehen bekommen haben, auch am Zinsmarkt zu sehen bekommen haben und dergleichen, relativ stabil eben tatsächlich präsentiert. Sobald meinerseits. Happy Trading, passt auf die Stops auf, wir hören uns dann morgen am Donnerstag wieder, hier zum Guten Morgen Börse und Gemeinde mit XTB. Freue mich auf euch. Happy Trading, wie gesagt. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, bis dann und tschüss. Vielen Dank.